Ist der Tresor hier? Der ist hier, der ist ein Raum nebenan. Und ich würde gerne... Kannst du nicht mehr warten? Nein, nein, ich platze wirklich gleich. Wie spannend ist das jetzt gerade? Du hast hier den Schlüssel, ein Jahr lang gesucht. Wie spannend ist das? Ich glaube, es gibt nichts Spannenderes. Es ist extrem spannend. Ilona hat ganz weiche Knie. Jetzt wird sich zeigen, hat Magic Mauro wirklich den richtigen Schlüssel gefunden? Der passt schon mal, ja? Guck dir das mal an. Die Spannung ist unbeschreiblich, weil ich weiß ja nicht, was in dem Tresor drin ist. Da kann ja alles drin sein. Doch statt auf Bargeld stößt Mauro erst einmal nur auf Papiere.